Wolfgang Ambrose ein Nachsatz. Ich habe einmal gesagt, er hat viel geleistet, auch für dieses Land. Man hat mir dann gesagt in der Waagrechten, so beleidigend finde ich das gar nicht. Das ist natürlich auch ganz gut im Lebenslauf. Ja, wieso nicht? Natürlich. Nur weiß ich nicht, er kann vielleicht doch bewerkstelligen, ob im Universum niemand ist. Bis zum nächsten Mal.